Musik Na los, Jungs, ihr teudelt! Dieses verfluchte Hanf! Lieutenant! Psst! Hi, Sir! Der Kommodor befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht! Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat! Geht auf der gestrandeten Galleonen-Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Hi, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir mal tot im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns! Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben! Er ist ein Mann des Königs! Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf die Fahrten. Ich werde auf die Fahrten. weiter viel böses blut zwischen den beiden rogers und chamberlain wo ist das problem der commodore hält nicht viel von zivilisten glaube ich und es geht das gerücht um dass rogers eine art jakobiner ist oder schlimmer noch katholisch da kann ich mir flimmeres vorstellen und die beiden männer zu uns no one gets past nein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020